Also ich habe jetzt halt geschlafen, habe mir nochmal ausgerüstet, habe alle meine Sachen repariert und wir sollen jetzt halt mit Rogue sprechen. So, ich bin bereit. Die Baustelle da hinten, okay, alles klar. Sniper, ne, klasse, okay. Gut, dann auf geht's. Destruction Site. Oh, da ist da hinten die Baustelle, genau. Na dann. Ja. Es ist egal. Also hier. Das ist egal. Oh, das ist doch gerade gehört. Hier ist schon mal noch ein Zombie aus und den habe ich gerade abgeknallt. Hat der hier ein MG? Ich glaube, ein Ding habe ich noch gar nicht. Pack das mal ein. Oh, ein Sammler. RPD? Nee, RPD habe ich tatsächlich noch nicht. PKP? Nee, glaube eine RPD habe ich auch noch nicht. So, mal mit. Die Granaten sowieso. Äh. Das nehmen wir mit. AP Rounds nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Hm. Oh, der Rest ist jetzt eher uninteressant. Oh. 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 Was. No, wer hat eine Center geschickt hat? So. Up hier und das nimmer mit. Und das nimmer mit. So. Geht! Geht! Nein! Ich bin bereit! UROT! Ich werde ihn übernommen und verletze! Ich brauche die Schrauben! Ich brauche sie! Die Schrauben! Ich brauche die Schrauben! Ich brauche sie! Okay, den haben wir. Was mit euch? Kommt ihr nicht hinterher, oder was? Wen bekämpft ihr denn da hinten schon wieder? Wann haben wir irgendwo einen vergessen, oder? Wann haben wir irgendwo einen vergessen, oder? Wann sind wir hier? Wen seht ihr denn da wieder durch 10 Wände? Ich bin der Fall! Ich werde ihn mitnehmen. ist der ich dabei dabei das letzte die selbst in luft gejagt wird der gewesen sein okay das war's wir müssen aber alle gespawnt sein nachdem ich schon vorbei war ich Hier ist der Jürich Spaghetti. Schön. 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 Ja, das scheint wie es erst mal gewesen zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. ups Das war's. So, war der letzte scheinbar. Was interessant ist. Die AP nehme ich mit. Amour-Piercing. Und das nehme ich mit. So, okay. Ich soll wahrscheinlich wieder mit Rogue sprechen. Wer unten irgendwo ist. Rogue, wo bist du? So, ja, wir sind noch am Leben. Ja, das ist richtig. Okay, wir sollten in Bewegung bleiben. Okay, das verlassene Hospital. Let's go. Gut. Also, wir müssen irgendwie hier hinten raus, glaube ich. Irgendwie so. Oh. Sonst soll's eigentlich hier weiter gehen. Ich seh' ich doch den Feind hinten. Hm. Papal! Papal! Alles, die Patellen sind geschlossen! Was ist das denn? Was macht die Quest? Was soll ich machen? Was ist mit meinen Leuten? Kommen die jetzt noch oder nicht? Schaut irgendwie nix so aus. Wo will denn das Spiel, dass ich hingehe? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Da runter? Ne, das kann nicht stimmen. Ich soll bestimmt zum Verlassen des Hospital gehen. Oh, eben. Ich habe das Gesicht. Oh. Gehen!